Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es eine Doppelfolge Camping und Wandern. Zuerst zeigen wir euch den Campingplatz Sonnenstrand. Der Campingplatz liegt direkt am Rhein bei Bacharach zwischen St. Goa im Norden und Bingen im Süden. Es gibt ein Gebäude auf dem Platz, in dem ist die Rezeption untergebracht, ein Restaurant und das Sanitär. Oben ist das Restaurant und die Anmeldung. Der Campingplatz wird von einem niederländischen Ehepaar geführt und hier oben bekommt man Pommes und Frikandel Spezial. Der Campingplatz ist nicht sehr groß. Nebenan ist auch gleich ein Wohnmobilstellplatz. Ja und das Sanitärgebäude, das ist klein und fein. Für die Damen gibt es zwei Duschen und ich glaube drei Toiletten. Ja, das übliche. Wärmes Wasser kostet extra. Wir waren mit der Axi-Karte hier und haben in der Nachsaison für zwei Übernachtungen 42 Euro bezahlt. Und da war dann WLAN und das warme Wasser inklusive. Das war alles sehr sauber. Ja, bis zum Ort Bacharach sind es nur wenige Gehminuten. Bacharach ist eine Stadt im UNESCO-Welterbe, oberes Mittelrheintal. Hier gibt es sehr viele Hotels, Pensionen, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und viele Weinstuben. Ja, jetzt in der Corona-Pandemie ist auch alles ziemlich leer. So, und jetzt gehen wir zum zweiten Teil über. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Zuschauer, Campingfreunde und Wanderfreunde. Wir sind unterwegs in Bacharach. Wir stehen unten am Rhein auf dem Campingplatz und sind jetzt schon ein ganzes Stück hochgelaufen. Wir wollen vielleicht mal kurz die Drohne steigen lassen, wenn wir außerhalb der Zone sind, außerhalb der Naturschutzzone. Und dann geht es wieder runter zur Burg. Die zeigen wir euch dann noch. Hermann ist auch mit dabei. Hallo. Ja. Auf geht's. Ja, wir sind schon ganz schön. Ja, wir sind schon ganz schön. Das war's. 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 Das war's.